Aufgepasst Freunde, in diesem Video werden so unfassbar gute Sachen gezogen, das wird euch locker vom Stuhl hauen. Und somit, jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kabal. Gestern kamen auch die 85x10 Packs dreimal und die 84x10 Packs siebenmal. Wir haben ganz viele davon aufgemacht und wir haben beide Packs getestet, um zu gucken, ob wieder ein Pack ein bisschen besser ist. Deswegen gönnt euch einfach das Video und lasst gerne ein Like da, ein Kommentar da, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr auch so viel Packlack haben möchtet, wie in diesem Video, dann lasst gerne ein Follower auf Insta da, dann werdet ihr auch so krasse Sachen ziehen. Was sagt die Atomuhr? 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut on point, ey. An Spielern ist ja 100% nichts gekommen. Mia Hamm, wir gucken uns trotzdem nochmal an. Gucken uns mal direkt Mia Hamm an. Boah, nur 30 SBCs? Nur 30 SBCs, crazy. Guck mal, Etoa hat sogar 32. Boah, gucken wir uns mal direkt die Karte an. 97 Pace, 99 Schuss, 97 Dribbling, Power Schuss, Finesse als Playstyle, Tiki Taka hat sie noch stark, First Edge als Stürmer auch immer sehr gut, Flair, Rapid auch ganz nice, Quick Step. Hä, sie hat ja eigentlich auch alles, was man braucht, ne? Man braucht einfach 253, 93er und 27, 92er. Yo, denen geht's nicht gut, die haben gesoffen. Ich glaub, die haben wirklich gesoffen, ja. Als hätten wir alle so viele Karten in unserem Verein. Aber die Karte ist geil. Die Karte ist geil. Aber keiner kann sich das leisten. 85 mal 10, 3 mal. Und 85 mal 10, 7 mal. Okay, immer noch nicht unendlich, Chat. Ich hab sie geskippt. Niemals hab ich sie geskippt, aber sie war doch nicht pink. Oh, knapp 300k kostet sie. Das ist doch ein W, Chat. Das ist doch ein W. Ich mach sie, wenn die Ultimate End ist schon draußen, ne? Fottis. 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 Fottis Koulibaly. Mit unehrlichen Menschen reden ich nicht. Joao. Joao Felix. Ey, let's go. Zieht er was oder zieht er nichts? Es ist erstens sehr verpixelt. Barella. Aus dem Nichts. Aus 84, aus 84 mal 10. Okay. Bringt mal wieder frischen Wind rein. 97er Fottis. Kostet 200k. Geht fit. OG-Zuschauer. Ich guck mal jetzt wie OG. Krank OG. Du bist Gang-Mitglied. Okay. Ey, er hat De Bruyne gezogen. Habt ihr das gerade gepeilt? Habt ihr das gerade gepeilt? Ich nehme mich nicht. Er hat De Bruyne gezogen. Eine Mio-Wert noch. Mann, jetzt haben wir den De Bruyne einfach verpasst. Sehr blöd. Fottis. Götze. Oh Mann. Mach ihn. Er macht ihn. Mario Götze. Und Patrick und Charlton in einem Pick. Wow. Boah. Boah. Da wüsste ich ja gar nicht, wen ich nehmen soll, ne? Wen würdet ihr nehmen? Patrick Vira oder Sir Bobby Charlton? Ich glaube, ich würde auch Patrick eher. Bobby kommt häufiger. Lieber Patrick, ne? Ja, komm stabil. Guck mal, so pickle ich auch gerne. Aber halt übel teuer. Wenn du das craften kannst, dann mach. Und? Gagpo und Bergkamp. Wir haben zum ersten Mal jetzt eine Fotti-Icon gezogen, Chat. Ist eine 100, klar. Ich weiß wenig. Aber immerhin. Fotti. Nee, kein Fotti. Oder? Kein Fotti. Doch, ohne Abortier. Oder zum zweiten Mal gezogen, Freunde. Let's go. Leute, ich hab das Gefühl, die Pack-Rate jetzt nach 20 Uhr ist irgendwie besser, ne? 100 Pro, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Von 19 Uhr bis 20 Uhr war sie Müll. Und jetzt ist sie ein bisschen besser geworden, hab ich das Gefühl. Fottis. Ah. Sahar schon wieder. Ah. Oh, nee. Niemals, Herr Landes, Chat. Ey. Er hat hier noch den Theo gepullt. Das ist crazy. Was für krasse Pack-Pulls die Leute hier heute haben. 1,7 Mio kostet der noch. Hilfe. Wie gut. 1,8 aufgerundet. Die Pack-Rate-Chat. Seit 8 Uhr. Fottis. Ey, es gibt. Jetzt gibt er, ne? Er will mich ärgern. Er will mich ärgern. Es gibt Julie. Erste. Erstes Mal, dass wir heute Julie ziehen. Ich glaube, der Mann hat ein viel besseres Gefühl dafür, was er skippen kann und was nicht. Ich halt meinen... Er zieht ein... Er zieht ein Fottis wieder. Er zieht ein Fottis wieder. Und es ist schon wieder Julie. Ne, warte mal. Doch, das war Julie. Cola. Oh mein Gott. Der Mann, ey, der macht Sachen. Er zieht zwei Fottis, die wir noch gar nicht gezogen haben heute. Das heißt, Cola check. Julie check. Und noch Theo gepullt. Noch nie hatte ich so eine schlimme Krippe wie... Viermal Corona. Es war viermal das Schlimmste auf der Welt. Ey! Casemiro. Nächster Fottis. Ah nein, das ist übel verpixelt. Casemiro. 96er Fottis haben wir jetzt auch in unserer Liste. Aber er kostet 28k. Ja, okay. Auf ihn. Ich muss sagen, das Badge ist ziemlich cool, ne? Was man ziehen kann. Fottis. Ah, aber es ist schon wieder... Ne, warte mal. Hero. Ramirez. Ramirez. Stark. Vamos. Mia, Helm gepullt. Ja, okay. Wenn das nicht eine Ansage ist, ne kleine. Und halt dieses Fottis-Pack. Doglish! Was? Ich dachte mir so, hä, Algerien? What? Was für Algerien? Aua, aber einfach Anzeigespieler. Dann kommt einfach schon wieder ein Banger raus. Doglish-Chat. Was ist das denn? Weh. Ein W, was wir heute hier alles ziehen. Ist ja wirklich verrückt. Und, äh... Oh, Cafu, nice. Oh, die Natale. Auch geil. Coole Karte. Sehr gute Karte. Halt ein bisschen alt, ja. Fottis. Ich sehe es direkt. Und wisst ihr was? Predictet mal alle, wer es ist. Ich sage, es ist Dempsey. Ach so, ne. Es ist Papon. Papon ist wieder zurück. Der habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Papon. Der gute alte Papon. Ich war schon 45 Minuten. Ich weiß. Es war... Die Leute warten immer übel lange. Man kann halt nicht immer alles aufmachen. Weil in der Zeit... Oh mein Gott. Oh mein Gott. No way. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat geskippt. Er hat es geskippt. Er öffnet, als wäre nichts passiert. Er öffnet einfach weiter. Ey, das ist das erste Mal, dass ich geschrien habe nach einer Woche. Er zieht einfach R9. Seht ihr sein Team? Seht ihr das? Er hat Zidane Best. Er hat Mbappé. Er hat alle. Er hat Poter, Bronmati. Er hat alles. Er hat For Real. Alles. Er zieht einfach so auf Lock. Auf Locker. Easy, Flockig. R9. Aus dem Handgelenk. Ihn juckt es nicht. Er öffnet einfach weiter Packs. Und dann gehen wir in sein Team und sehen das. So Freunde, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Oder ansonsten, wir hören uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.